Heuer ist es 30 Jahre her, seit der Papst Johannes Paul II. im Jahr 1992 den Ministrantendienst auch für Mädchen offiziell geöffnet hat. Uns kommt das heute selbstverständlich vor. So grüße ich alle Mädchen und Buben und frühere Mädchen und Buben, heutige Erwachsene, die mit Freude in ihrem Leben ministriert haben oder ministrieren. Als Jugendbischof danke ich für euren Dienst und hoffe, dass ihr wirklich geistlichen Gewinn daraus erzielen könnt. Ich selbst war auch Ministrant und verdanke dieser Zeit ein Wachstum im Glauben und eine Freude an der Liturgie.